In einem Notebook zwängen sich viele Komponenten auf engem Raum. Da wird der Rechner schnell mal zu heiß und spielt verrückt. Dann ist es höchste Zeit für das Cooler Pad Red Monsoon. Einzigartig ist schon das Design mit edlem Acrylglas und auffallendem roten Lüfter. Dieses 7,5 Zoll große Modell sorgt mit 600 Umdrehungen pro Minute dafür, dass es Ihrem Notebook nicht zu heiß wird. Dabei bleibt er trotzdem sehr leise, sodass Sie ungestört arbeiten können. Strom erhält das Pad einfach über den USB-Port Ihres Notebooks. Für einen sicheren Stand von Pad und Notebook sorgen vier rutschfeste Füße. Edel und effizient, so präsentiert sich dieser nützliche Helfer. Wenn Ihnen was an der Langlebigkeit Ihres Notebooks liegt, ist dieses Cooler Pad Pflicht.